Maximilian A. Leopold Steinbichler hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Präsident Essl hat zu eben behauptet, dass ich hier Werbung für ausländische Lebensmittel und Produkte mache. Ich berichtige tatsächlich, seit 40 Jahren kämpfe ich für österreichische heimische Qualitätspolize Lebensmittel. Beweis, Martini-Markt-Regau, Beweis, Bauernmarkt-Regau. Aber, was ich hier gezeigt habe, ist nicht Werbung für ausländische Produkte, sondern die Realität am österreichischen Lebensmittelmarkt. Und Herr Kollege Essl, und ihr sprecht von Überschüssen von heimischen Produkten, zum Kollegen Schultes melde ich mich später. Danke. Danke für diese Wortmeldung, die keine tatsächliche Berichtigung war. Ich lasse es einmal so stehen, ich kann es eh nicht mehr korrigieren.